hallo leute herzlich willkommen auf den klarer standard gaming und heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde roblox ja wie ihr sehen könnt ja wir spielen heute den 1 euro 9 millionen euro rakete oder so was in der art so wieder titel auf jeden fall sind wir sollen hier anfang irgendwie das kaputt machen fragen mich warum habe ich ja 28 raketen und das kann ich dort mit mit drei kronen kann ich hier irgendwas holen abgewegs aha ja aber das sind wo box links booms petro band ja schön wie die meiste siegel gibt gar nichts alles klar aber wie kriegt man diese kronen tippen um akete abzufallen okay aber wie kriegt man denn jetzt hier anspruch und beanspruchen aber wie kriegt man denn die kronen also ich habe jetzt welche bekommen gegen schenk war ähm für starke mittel 833 empfehlen das war falsch ich denke mal hier sind das hier muss ich kaufen eine rakete für 14 prozent chance ganz jetzt aussehen oder was oh ja jetzt habe ich zwei praktisch und weil ich so reich bin mache ich noch eine und dann steht hier dass ich erst mal einen neustart machen soll alles klar jetzt kann man hier alles aus ich verstehe veranspruch ach so ich habe ja limitiert ich nicht shops und war einer ja baum oder eigentlich ist das habe ich jetzt die durch feuer aufwertung der bessere dann okay ja war ich schon mal schon bei das ist jetzt zwölf okay ich habe ich verstehe das noch mal upgrade ich weiß gar nicht was man da machen kann ach so das war ja das will kaufen wir haben genau 125 dann dann Autumn über率 mir doch mal eine und wie hier mein am besten ausdrüsten sorgt jetzt müsste es hier doch ein sie ges공 DC okay man braucht aber schon längst ach jetzt weiß ich wo man die kronen her kriegt hier aber dann muss ich zu den anderen gehen weil ich bin noch nicht so ich bin auch einen startner kämpfen wir erst mal gegen den und wir haben gewonnen machen wir mal den lehrer ob man jedes mal nur ein naja weiß ich ja jetzt nicht verbessern oder was wir müssen geupgradet okay den machen wir auto feuer das kann man gratis an das ist ja geil wenn man die lautstärke leise machen wenn wir nämlich auch mal hören gut dann kann ich jetzt eigentlich nur sitzen und er macht die ganze zeit hier die event du helft nur anfordern das ist der mittelbau wiedergeboten ab 120.000 dinger kann man wiedergeboten machen ah weiß ich nicht na sei wir tun hier mal endlich zu fällig aber ich schätze nicht ganz wofür jetzt diese raketen sind als die raketen wofür sind die einfach nur um hier da angreifen und irgendwas hey mann was ist das denn kack nochmal kurz aus hier 12.100 empfehlung okay ach das ist ja das ist wenigstens eine gute also sind 1.000 d warte ich kann die doch wieder zusammen ich guck mal kurz ob ich die wieder zusammen machen kann ok aber perfekt habe ich nämlich noch so viele kriegst du jetzt mal ein ding jetzt habe ich 8.000 2.000 wie schnell meint das denn jetzt fertig hier da kenne ich nichts ich mache 5000 habe jetzt sogar ein bisschen mehr gemacht ja das schmeckt doch der eifelturm der ist jetzt schon weg ich mach mal kurz bis 12.100 weil dann greife ich erst den macht ja an der soll nämlich schwer sein später deswegen vielleicht sogar ein bisschen mehr als 12.000 ist schlauer noch mal und dann noch mal zweimal noch und dann kann dahin gehen wir haben ein bisschen mehr als das eigentlich sein sollte okay ja ja aber so kann man ja eigentlich gefühlt nicht einmal einmal hier noch komplett weg in kultur gehen wir mal zum mafia hier kann jetzt schon tschüss sagen ja okay das wird nichts da steht auch hallo da steht auch schwer dran gut 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 pakete raketen die eigentlich welche trophäen verdienen aber der dienst ja hier nur eine naja machen wir mal autokampf so warum kriegst du nicht jetzt jetzt kriege ich fünf egal aber warum nicht so viel leben kann man die auch irgendwie auf machen wir das hier eben so jetzt aber raus hier also 750 brauche ich um weiterzukommen und dann wo sind wir dann gibt es bald und einladen muss mitmachen und bleiben ok und dann vom 20 für hier so ein ding erst das schaue ich nicht ach jetzt ist erst das ist nicht nur die bauwax sondern ich kann das ja auch mit den dingern kaufen jetzt muss man auch erst mal einer sagen okay jetzt verstehe ich auch warum das dann nicht so mehr so ihr wisst was ich meine werde ich glaube ich definitiv und zweitens von machen sonst ist es meist eigentlich ja doch ich brauche mal 30 hier ja noch einmal und dann habe ich so gehen wir mal wieder zu den upgrade genau hier kann ich mir jetzt geschwindigkeit gesundheit habe ich jetzt mehr leben aber wie viele leben habe ich da kann ich ja mal kurz gucken also hier hier steht 90 a 220 ok 220 ok leute ich würde sagen das war es mit dem ersten part von diesem simulator wenn es euch gefallen hat das gerne doch mal ein like ein abo und kommentar das würde mich sehr freuen hier den spion ja also das gerne like ein abo und kommentar aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst schaut auch immer eine discord video beschreibung vorbei dort ist mein disco zu meinen discord video beschreibung meine youtube video beschreibung vorbei dort ist nämlich mein disco server verlinkt ich würde mich freuen wenn ihr dort drauf schauen ja und mal ein bisschen da action macht auf jeden fall haut rein leute euer sando ciao ciao